Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Wandlautsprecher. Das High-End-Produkt in unserem Wandlautsprecher-Test geht an den JBL Control-One. Die Ingenieure von JBL haben die Control-One-Regallautsprecher so konzipiert, dass sie in Kombination mit einem kompatiblen AVR oder einem Verstärker mit 25 bis 200 Watt einen wundervollen, Raumfüllenden Klang produzieren. Sie haben ein kleines Profil mit nur 229 mm Höhe, 156 mm Breite und 140 mm Kläfe, aber das Design der JBL Control-One-2, Wegelautsprecher und ihre Qualitätsmembranen reproduzieren einen weiten Frequenzbereich für ein realistisches, raumfüllendes, unglaubliches Klangbild. Wenn der Name JBL auf einem Lautsprecher wie dem Control-One steht, wissen Sie, dass Sie großen, rockenden Bass direkt aus dem Aufnahmestudio bekommen. Ja, Sie sind klein, aber jeder Control-One-AW-Lautsprecher hat eine Spitzeninbelastbarkeit von 200 Watt. So viel Leistung sorgt für eine verzerrungsfreie Reproduktion Ihrer Lieblingsmusik. Nichts an den Control-One-AW ist über- oder untertrieben. Mit einem Frequenzgang von 80 Hz bis 20 kHz reproduziert dieser Lautsprecher den vollen Klangbereich. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Pronomic OSP 660. Beim Pronomic OSP 660-Wandlautsprecherpaar handelt es sich um zwei zuverlässige, vielseitige Boxen, welche sich perfekt zur Festinstallation an Decken und Wänden verwenden lassen. Somit eignen sich die Lautsprecher ideal für ganz unterschiedliche Beschallungsaufgaben im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich. Die Zweiwege OSP 660-Boxen überzeugen nicht nur mit ihren ausgewogenen Klang-Eigenschaften, sondern punkten auch mit ihrem stabilen und äußerst kompakten Gehäuse. Mit 240 Watt pro Lautsprecher bieten die OSP 660-Wandlautsprecher mehr als genügend Lautstärke, um nicht nur im Hintergrund unauffällig für Musik zu sorgen. Dank des guten Frequenzgangs eignet sich das elegante Lautsprecher-Set auch hervorragend als Stereo-HiFi-Lautsprecherpaar oder als Ergänzung eines Surround-Systems im heimischen Wohnzimmer. Damit die Pronomic-Wandlautsprecher zu langjährigen musikalischen Begleitern werden, bietet das Paar sämtliche Ausstattungsmerkmale, die man von HiFi-Boxen erwartet. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Wandlautsprecher-Test ist der Chili-Tag-Wandlautsprecher. 2. Wege-Regallautsprecher für Heimkino, Anschluss an Stereoanlage, HiFi-Verstärker und Receiver. Klarer Klang, 20 Watt RMS, 50 Watt Musikleistung, 8 Ohm, 86 dB, 185, 20 KHz, 8 Ohm. Box 13x9,5x11,5 cm, rückseitiger Aufhänger für Wandmontage, Hängemontage. Stabile Klemm-Terminals für den Anschluss vom Lautsprecher-Kabel. Metallschutzgitter, robustes ABS-Kunststoffgehäuse, Lieferung, 2 Stück Paar, schwarz. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.